Der Neubau am Limburger Domberg, der Bischofssitz inklusive Privatkapelle. Er wurde bereits 2007 beschlossen, ein Jahr bevor Thebars van Elst sein Amt als Bischof in Limburg antrat. Geplante Kosten damals ca. 2,5 Millionen Euro. Aber dieser Entwurf wurde nie verwirklicht. Es gab neue Pläne, Baubeginn vor dreieinhalb Jahren. Veranschlagte Kosten dann 5,5 Millionen Euro. Ende August dieses Jahres die Nachricht, die Kosten sind explodiert, auf mehr als 10 Millionen Euro. Vor gut einer Stunde nun diese Meldung, die Summe sei dreimal höher, über 31 Millionen Euro. Das Bistum selbst hat diese Zahl herausgegeben, der Bischof hatte ja Transparenz versprochen. Der Vermögens- und Verwaltungsrat, der für die Finanzkontrolle des bischöflichen Stuhls zuständig ist, kritisierte den Bischof scharf. Wir sind hinters Licht geführt worden, zitiert die Online-Ausgabe der FAZ deren Sprecher. Die Pressestelle des Bistums war am Abend für uns nicht mehr zu erreichen.